Ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, auch für alle Sportfreunde hier in Frankfurt am Main. Wir haben es damit geschafft, hier eine perfekte Infrastruktur zu schaffen für Fußball und seine Freunde, würde ich mal sagen. Wenn wir an die Commerzbank Arena denken, die seit über zehn Jahren ja schon neu erstrahlt. Vor einigen Jahren haben wir die Tribüne beim FSV erneuert. Eigentlich haben wir die ganze Stadion erneuert, aber wir haben gesagt, wir machen es so kümchenweise. Und heute ist jetzt der Tag der Übergabe, dass wir hier Stadion am Rentano-Bad übergeben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie unserer Einladung befolgt sind. Und ich muss ein paar Menschen auch begrüßen, die sich ganz besonders engagiert haben. Ich möchte den ersten FFC, den Vorsitzenden von Adler. Herzlich willkommen. Die Manager, also ohne den Sigi läuft ja gar nichts. Lieber Sigi Dietrich, herzlich willkommen an ihn. Ich war bei der Integrationsarbeit stehen geblieben und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie die Mannschaften gebildet werden, wie man sich gemeinsam auf ein Spiel vorbereitet, wie man gemeinsam antritt, gemeinsam kämpft, vielleicht auch gemeinsam verliert, aber trotzdem den Kopf nicht hängen lässt, weil man weiß ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und deshalb ist es so wichtig, Mannschaftssportarten zu unterstützen. Und wenn man wie in Frankfurt am einen so viele wunderbare Menschen hat, die sich um den Fußball kümmern, dann muss es doch unsere Aufgabe als Stadtregierung sein, sich darum zu kümmern, dass die Infrastruktur stimmt. Und die Infrastruktur hier am Stadion am Rentano-Bad stimmt, das kann man ab heute wieder sagen. Aber auch diese Story ist eine, die langwierig war, mit vielen Gesprächen zu tun hat und natürlich auch anfing mit hektischen Anrufen von Sigi Dietrich, der mit mir hier mehrfach rumgelaufen ist und gezeigt hat, was man alles noch, ich sage es positiv, was man alles noch verbessern kann. Ich habe mich dann bei ihm revanchiert und wir haben festgestellt, wenn wir hier was anpacken wollen, kostet es 12 Millionen Euro. Da haben wir alle Wünsche, fast alle Wünsche, den Tag konnte ich noch abbiegen, sozusagen umsetzen können. Aber wir hatten ganz offen gesagt keine 12 Millionen Euro. Also habe ich mich bei ihm revanchiert und habe ihm auch eine Aufgabe gestellt. Ich habe ihm mal so gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt gerade Bornhammer-Hang saniert, hat richtig Geld gekostet, hat die Stadt Frankfurt ganz alleine bezahlt. Du bekommst eine Aufgabe und zwar, wir brauchen einen Landesanteil. Weil es gibt kaum jemanden, der so gut verletzt ist wie Sigi Dietrich. Und seine Aufgabe war es, dann mal mit dem Volker, das ist unser Landesvater, Volker Bouvet, Gespräche zu führen. Ganz am Ende hat er sich den Stadtkammeral gegriffen, den Uwe Becker, und die beiden haben gute Gespräche geführt. Und schneller als ich dachte, kam er zurück und hat gesagt, ich bin erledigt, ihr kriegt zwei Millionen. Das war unglaublich, ein schöner Moment. Im letzten Jahr haben wir schon die Flutlichtanlage gestellt und haben abends dann auch ein Probeleuchten gemacht. Klar, die Welt hat sich von Planung bis Ausführung natürlich weiter gedreht. Und ich konnte es auch nicht verhindern, dass die Freunde vom DFB sich zwischen uns wieder getroffen haben und haben das Stadionhandbuch wieder weiterentwickelt. Aber das sind die Probleme eines Sportdezernenten. Aber wir haben ja noch viele Gespräche, die wir sehen, wo das eine oder andere noch regeln können. Also ich sage mal, so klug war es, wir haben Platz gelassen, weil mir immer schon klar war, dass 600 Lux, 800 Lux, 1100 Lux, das geht heute so rasant. Ja, ja, zur Zeit. Aber du bekommst ja das immer wieder. Also ich glaube, wir haben alles geschafft. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich vor allen Dingen bedanken, die geholfen haben. Und es waren eine ganze Menge fleißiger Leute. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Zusammenarbeit. Und es zeigt natürlich, die Sportstadt Frankfurt hat sich gut entwickelt, weil die Sportstadt Frankfurt sich immer einig ist, auch bei den Investitionen. Herzlichen Dankeschön und dann würde ich sagen, hiermit ist das Stadion übergeben und vielleicht will der ein oder andere von den Vereinen noch ein paar Worte an uns richten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie uns hier sehen. Im Namen von unserem Vorsitzenden Bodo Adler, unserem zweiten Vorsitzenden Schalke Hauptvogel, aber auch im Namen der Spielerinnen und allen Mitgliedern des 1. FFC Frankfurt ist heute für uns hier ein Traum in Erfüllung gegangen. Oder auch in den ganzen letzten Wochen, Monaten und eigentlich auch schon Jahren, weil wir ja wussten, dass es in diese Richtung letztendlich geht. Und deswegen von unserer Seite ein ganz, ganz großes Dankeschön natürlich an die Stadt Frankfurt. Und die Stadt Frankfurt fängt für mich auch hier bei den Platzwarten natürlich an. Ich gebe den Herrn Hirsch, den Herrn Hilpert, den Herrn Kemper natürlich, der das Ganze steuert und lenkt vom Sportamt. Und die Sportstadt Frankfurt am Main hat mit der Ausgestaltung unseres Stadions ein weiteres großes Aufruhrschleifung gesetzt. Das muss man ganz klar sagen. Für den 1. FFC Frankfurt ist das einfach ein Traum in Erfüllung, weil die eigentliche Karriere unseres Vereins hat hier sein wollen. Und zwar in der Form, dass wir 1998 unseren Verein gegründet haben und gleich vom ersten Tag an hier in diesem Stadion rechnen durften, rechnen konnten. Und alle unsere Meisterschaften, unsere Pokalsiege, unsere vier Champions-League-Siege auch letztendlich über dieses Stadion mit realisieren konnten. Und deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Stadt. Und jetzt komme ich zu deiner Story von vorhin. Letztendlich war das natürlich ein langer Prozess. Ich möchte sogar fast von einem Drahtseilakt in Richtung Rathaus und Dezernate sprechen. Aber letztendlich haben wir sehr, sehr sportinteressierte Politiker, die in einer großen Verantwortung auch für die Entwicklung des Frauensports, in dem Fall für den Frauenfußball, gute Gedanken mitgetragen haben. Noch zu Zeiten, wo Uwe Becker Sportdezernent der Stadt Frankfurt war, gab es auch schon die ersten Kontakte zum Land, die geklückt wurden. Und dann kam nach und nach Markus Frank in diese Position, die Verantwortung hier zu tragen. Und dann gab es diese Brücke in Richtung Wiesbaden. Und dann ging es darum, die letzten zwei Millionen noch auf den Tisch zu legen. Und das war dann im Prinzip der Akt, der dazu geführt hat, dass dann auch von der Stadtverordnetenversammlung letztendlich ein Okay kam dafür, dass ein Betrag in dieser Dimension, man stelle sich vor, die Stadt Frankfurt hat eine Commerzbank, die hat einen, ein Bornheimer Hang, der auch für unfassbare Summen renoviert wurde. Und letztendlich jetzt hier nochmal in einer Größenordnung von 12 Millionen eine Sanierung ermöglicht hat. Da kann man nur ganz großen Respekt äußern und sagen, wir als Vereine, Blaugold Frankfurt, Rot-Weiß Frankfurt, der erste FFC, sind darüber überglücklich. Von uns gibt es auch noch ein Dankeschön. Wir haben uns das ein bisschen anders ausgedacht. Wir machen zum heutigen Tag eine Fotokollage. Und dann sind wir nämlich alle, die heute hier entsprechend auch in der Verantwortung sind, in der Art und Weise, das auch gemeinsam gefeiert haben auf dieser Fotokollage. Und jeder kann dann ein solches gedrucktes Foto wo auch immer hinhängen. Am besten natürlich in der Poolposition bei Ihnen im Büro oder bei dir im Büro oder bei dir im Büro. Also nochmal ein ganz großes Dankeschön, Uwe, für die langjährige Freundschaft, für die Aktivitäten generell im Sport. Und das Gleiche gilt natürlich hierüber zum Markus. Wir sind absolut begeistert. Die Sportstadt Frankfurt steht wirklich für den Sport und zwar für jeden Sport. Und das auf hohem Niveau. Und ich hoffe, wir können alle in der Zukunft noch erfolgreicher sein. Rot-Weiß Frankfurt wünschen wir, dass sie aufsteigendes Stadion in voller Größe nutzen können. Und ich glaube, es ist auch eine gute Kooperation zwischen uns in allen Bereichen, die notwendig sind, dass man dieses Stadion ja auch in Zukunft mit Leben führt. In dem Sinne wünschen wir Ihnen allen heute einen schönen, genussvollen Tag, der reflektiert, was hier geschaffen wurde, der aber auch die Möglichkeit bietet, einen Einblick in den Frauenfußball weiterhin zu haben. Bei den Bundesligaspielen heute, ich hoffe natürlich, dass ihr alle die Daumen drückt, dass wir unseren zweiten Platz so lange wie möglich verteidigen und am liebsten vorne stehen, wenn es dann heißt, Champions League Qualifikation ein weiteres Jahr. Das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Ein großes Dankeschön, große Hochachtung vor dem, was hier getan und geschaffen wurde. Und Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Lieber Herr Frank, das ist wirklich bemerkenswert, was die Stadt Frankfurt sozusagen in die Sportinfrastruktur investiert. Nicht nur an dieser Stelle, sondern an vielen anderen Stellen. Und deswegen bin ich dafür sehr, sehr dankbar, weil es halt wichtig ist, dass unsere Vereine halt eben auch die Möglichkeit haben, dass sie ihren Sport treiben können, dass hier ein Profiverein auch gute Bedienungen hat, um ganz vorne in der Frauenfußball-Bundesliga mitzuspielen und in der Champions League, lieber Champions League-Sliga. Und insofern freue ich mich heute, hier dabei zu sein bei einer Schlussübergabe. Das ist auch was Schönes, auch wenn es nicht mit eigenen Sport zu tun hat, lieber. Ja, vielen Dank, Peter Beuch und euer Applaus für unser Teamminister, der auch gleich ein Sportminister ist. Herr Fred, mal drüben stellen, wir packen diese Starke, die haben den Abelbart. Ja, meine Damen und Herren, meine lieben Innenminister, liebe Fans von FFC vor allem. Das ist das dritte Bundesliga-Stadion. Wir haben die Allianz Arena, die Volksbank, das Volksbank-Stadion. Und jetzt sind wir im Bretano-Bad mit dem FFC und natürlich auch mit Rot-Weiß und unserem traditionellen Eisenbahner-Fußballverein, da haben wir auch nicht vergessen. Das dritte Bundesliga-Stadion, das spricht nicht nur dafür, dass hier Bundesliga gespielt wird, dass natürlich Champions League als Abo schon dabei ist, sondern dass sich die Stadt zum Sport bekennt. Aber auch das Ganze gäbe es dieser Form, dieser Leuchtturfunktion nicht. Ohne die Fans gäbe es nicht, ohne diejenigen, die als Vereins, obere, als Funktionäre, als Engagierte, als Ehrenamt, so Druck gemacht haben über Jahre. Natürlich kann es die Politik dann bezahlen, die 10,7, das ist kein Pappenstiel. Aber ohne, dass Sie das gemacht hätten, denke ich, wäre es auch nicht so weit gekommen. Von daher an die Vereine, ist es auch Ihr Erfolg, das erfreut der Fans. Das kann Ihnen keiner nehmen. Dann ist es heute Tag, obwohl wir uns auf jeden Fall freuen. Natürlich auch der Sieg, aber auch dafür, dass wir die Schulgäste hier jetzt mal wirklich so präsentabel haben, wie wir es seit Jahren eigentlich brauchen. Danke, dass Sie da sind. Ein Riesenerfolg für uns alle. Seien Sie stolz auf uns selbst. Da fehlt eigentlich nur noch eine einzige Geschichte an, ich glaube, das ist auch schon auf dem Regio-Rakten, eine gescheitete Video. Genau, das wird passieren. Wir werden einen großen Partner der Stadt haben, dass wir zusätzlich für diesen wunderbaren Stadion auch noch eine Videobrand haben werden, links auf der linken Seite dieses Stadions. 36,5 Meter, dann könnt ihr noch lebendiger leben und gestalten in diesem Stadion. Und das Thema daraus ist, dass wir in der Welt waren schon nicht stark. Ich hatte die Herdraum, dass ich mich auch nahm, das kann ich mir jetzt in Frankfurt aber ganz, 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 ganz verliehen. Wir sind vom höchstkandidigen Setzen mit dem Oberbürgermeister der Stadt, mit dem Stadtkämmerer Hugo Becker, der von Anfang an dieses Projekt mit Herz und See unterstützt hat, und natürlich mit Markus Mann, der das Ganze jetzt hier auch umgesetzt hat. Und Peter Beuth hat die Nachfolge angekriegt von einem Mann, der uns auch sehr, sehr verbunden ist, nämlich der Ministerpräsidenten Volker Gauthier, der zwei Millionen damals auf Anschlag zugesagt hat. Er hat sich daran gehalten und wir stehen heute hier in einem wunderbaren Stadion. Unsere Fans bedanken sich bei Ihnen. Vielen Dank und auch gute Zusammenarbeit, auch mit dem Verein Rotweiß Frankfurt und Blaubeut. Und dann machen wir gleich weiter mit der Schlüsselübergabe an die Übereinstvertreter, und zwar Übereinstvertreter des 1. 11. in Frankfurt in Form des Präsidenten, Bodo Adler, des Ehefrau Blaugolp, Robert Stapetius und Rotweiß-Frankfurter Präsident. Und da grünen wir uns erstmal an Rotweiß-Frankfurter gestern ab diesem Gegentang. So was in dieser Ecke, dass Rotweiß in der Oberlin der ersten Zeit gestern in der Spitzenweiter ist, ja? Sieht ihr Altmao? Ja, muss ich leider sagen. Hatten von Steinberg gewohnt gegen die Spiele, aber ihr nehmt euch schon schön rein im nächsten Spielen. Gibt euch noch die Daumen, dass ihr es schafft, echt mal wieder nach oben zu kommen. Und jetzt ist die Beschlussevergabe, der Fett Frankfurt an die drei Vereinsverräger. Ja, natürlich. Also, wir haben hier einen wunderbaren Vereinen, die eine wunderbare Heimat haben. Und wir übergeben jetzt den Schlüssel an den ersten FFC, an Rotweiß und Blaugolp. Und wir wünschen euch, dass ihr hier eine wunderbare Zeit habt. Viele Erfolge, wir werden bei euch sein. Alles Gute für den Sport in unserer Stadt. Viel Erfolg! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.